Hey Leute, willkommen zu einer neuen Folge Rocket. Sehr erfreulich, 39 Teilnehmer in diesem Turnier. Hinten raus auf den letzten Metern bestürmt ihr das Feld, das gefällt mir gut und dann schauen wir gleich mal, wie sich das auswirkt, was wir in diesem Turnier heute erreichen können. Erstes Blatt in Hinterhand, zumindest nicht schwer zu spielen. Einfach den Schnabel halten und abwarten, was passiert. Eine andere Devise habe ich da nicht. Grange wird gespielt, Buben kommen verteilt, damit ist sicher die Gefahr für diesen Grange gebannt. Ich kann jetzt irgendwie zusehen, dass ich mutmaßlich gute Schneiderfreizüge hinbekomme. Pik zurück für eine Möglichkeit, allerdings gibt das gegebenenfalls im Alleinspiel die Chance, noch mal irgendwo unter durchzuspielen. Dann greife ich hier lieber ein Bild, wo ich die vollen in der Hinterhand suche. Ja, und gleich Treffer. Abstechfarbe gefunden, hinten das Ass rausgespielt. Der Stich ist jetzt interessant. Tatsächlich habe ich mich entschieden, jetzt auf die Karo 10 auch noch den Karo König zu legen. Damit haben wir 41. Jetzt würde ich eigentlich vermuten, dass der Alleinspieler Rest hat. Es wird aber hier ganz sauber von Spieler 3 zurückgespielt. Und hier sehen wir, was der Spieler hier an sich für ein Risiko eingegangen ist, mit diesem Abwurf auf Karo 10 König. Wenn ich jetzt diese Kreuz-Lusche nicht habe, dann kann ich die Herz 10 fallen lassen, und wir haben genug. Deswegen, weil das die letzten Vollen im Spiel waren, wie wir hier sehen, der Alleinspieler klappt auch ab, hätte er das Spiel unverlierbar gemacht, wenn der Karo 10 König sticht. Also Spieler 2 ist, ja, hier mit einem blauen Auge davon gekommen. Vielleicht hat er es gar nicht gemerkt, dass er hier sich ins Risiko begeben hat. Ja, ich habe es schon gesehen. Sowas fällt auf, das überrascht und gut, das wird halt nicht immer gelingen. Und Skat solltet ihr, wenn es möglich ist, eben solche unnötigen Risiken vermeiden. Dann kommt ihr einfach ein bisschen weiter. Ja, hier ist die Überlegung bei dem Karo, vielleicht nicht das Ast zu legen, sondern nur die Dame. Da wäre es vielleicht auch schlauer gewesen, wäre mein Partner mit der 10 rangekommen. Andererseits hängt das Trumpf-Ass dann ein bisschen. Wenn das ein Trumpf-Schnackes Spiel ist, kann es auch noch verloren gehen. Soweit in Ordnung. Leider habe ich jetzt eben die Qual der Wahl. Ja, Herz-Lusche hatte ich erst überlegt, wäre im Nachhinein noch besser gewesen. Dann entscheide ich mich doch auf den langen Weg, eine kurze Farbe, einfach mal Karte zu klären, meinen Ast zu spielen. Ja, und ihr seht es hier, war genau der Drilling oder die 10 bestellt beim Alleinspieler. Und gerade wo jetzt hier der 7. Kreuz nicht kommt und auch schon an der Kreuz-Dame war es zu erahnen. Das ist auch noch der Drilling des Alleinspielers. Der hat hier nur einen 5-Trümpfer vermutlich. Und dann, ja, da ist es zu sehen. Und dann 2 Asseblank und die Kreuz 10 im Dritt. Das Spiel hätten wir natürlich bei dem glatten Trumpfstand sowieso nicht schlagen können. Und auch so glatt wie Kreuz steht. Trotzdem sah es jetzt erstmal nicht glücklich aus. So, Spiel 3. Das dürfte doch dann jetzt meins sein. Kurz vor Gang Hand, natürlich mit 4 Stichen in der Abgabe und wo mir auch 5 Volle fehlen und das Karo Bild noch immer schon frivol. Jetzt gerade noch die 18er Reizung aus Hinterhand, die hat mich jetzt überzeugt, auf jeden Fall noch reinzugucken. Jetzt finde ich die Kreuz-Lusche. Damit ist der Gang natürlich unverlierbar. Drei Stiche gebe ich höchstens ab, wenn Kreuz zu 0 steht. Wenn Kreuz 2 1 steht, dann habe ich eine Schneiderschance. Und die will ich natürlich jetzt ausloten. Ich spiele jetzt nicht die Herz-Lusche direkt raus. Könnte man aus Schneider-Gesichtspunkten auch versuchen. Bedeutet dann allerdings, dass ich gegebenenfalls zu kurz komme, um mir beide, um mir die letzte Kreuz-Lusche hochzuspielen. Das heißt, da könnte ich dann tatsächlich noch einen vierten Stich abgeben. Deswegen erstmal unter durch. Sitzt auch 2 1. Schneiderplan noch intakt. Da kommt das Herz Ass und leider wird da direkt die 10 reingeworfen. Also die Bengel haben es direkt geschafft, den 21er Stich auf den Tisch zu legen. Gut. Dann geht sie weiter, die wilde Fahrt. Naja. Karo ist natürlich das Spiel, was für mich erstmal wieder am uninteressantesten aussieht. Wo ich genau hier nur die drei Trümpfe habe. Wieder wird dem Spieler da die bestellte R10. So ist der König hochgespielt. Gut. Jetzt haben wir die Stechfarbe. Aber ich vermute mal, das kommt zu spät. Das dürfte nichts mehr nützen. Kreuz wird gestochen, gestochen. Na, wird es jetzt einmal drum von oben? Ne, zuzieht er nicht. Ich denke schon, dass er allein für den Kreuz Blumen noch hat. Das wäre sonst überraschend, wenn mein Partner ohne Reizung die beiden Alten hat und den Ass hat in Vorhand. Er zieht jetzt hier Pik. Heißt das, hier gibt es vielleicht doch noch was für uns zu bestellen? Ja, wenn er jetzt tatsächlich nicht das Pik Ass gehabt hätte, der allein spielt. Wenn mein Partner hier schnippeln kann mit dem König und dann Trumpf reinschieben, um dann mit Pik Ass Kreuz Ass Rest zu haben, das wäre es gewesen. So sieht es dann wieder schlecht aus, denn das ist hier die richtige Idee von meinem Partner. Er spielt Trumpf in der Hoffnung, dass der Kreuz Bube bei mir sitzt, dass die beiden Buben hier vertauscht sind. Dann hätte ich danach noch den 21er Stich in Kreuz spielen können, sprich Kreuz 10, Kreuz Ass. Und wir hätten das Spiel gewonnen. Wenn mein Partner jetzt Kreuz Ass spielt, ja, ein Stich, von mir die Kreuz 10, dann wäre es auf keinen Fall gegangen. Also die richtige Idee, auch wenn wir dadurch jetzt den Stich weniger machen, den Pik König nicht mehr kriegen. Ja, letztendlich, ob wir eben 69 oder 79 gewinnen, das ist ja egal. So, Spiel 5. Mein Spiel würde ich sagen, Kreuz Bube, Karo Bube, 3 Ass. Muss ich reizen, bekommen die 24 aus Hinterhand. Die wird mich jetzt hier aber nicht abhalten und nicht erschrecken. Dann wäre mir natürlich, ja gut, was wäre mir lieber, ist egal. Ich gucke rein. Da kommt doch eine Verstärkung mit der Pik 10, eine sehr gern genommene Verstärkung. Ja, drücke ich die beiden Kreuzbilder und dann der Grange. Sicher die Gefahr aufgrund der Reizung. Vermute ich mal fast, dass Spieler 2 an sich die 4 Kreuzen haben muss und die beiden Buben. Ansonsten wird die Reizung alles andere als seriös. Von daher kommt vielleicht gar nicht unbedingt Kreuz auf den Tisch. Aber er ist natürlich auch gut möglich. Das ist, glaube ich, die Hauptgefahr hier für das Spiel, dass dann zusätzlich noch der Pik König zu dritt steht. Dann könnte das Spiel ein bisschen schlapp werden. Und genau deswegen muss ich jetzt hier auch überlegen, ob ich direkt auf die H7 schon mit dem Ass raufmarschiere. Die Versuchung ist natürlich groß, um erstmal den Buben zu ziehen, um das Tempo mitzunehmen. Aber das kann mir, glaube ich, dann gerade zum Verhängnis werden. Im Zweifel soll hinten lieber rankommen, mal ein-, zweimal Kreuz ziehen. Ich schnippel hier mit der Dame und da seht ihr, es war genau richtig. Vorhand hat noch König 10. Ich mache den Stich. Das war jetzt natürlich ein sehr wichtiger Stich für mich. Damit ist das Spiel dann schon gewonnen. Na, Kreuz Lusche war natürlich eben auf den Buben abgeschmissen. Deswegen jetzt direkt Ladung. Wenn man es ganz spitz auf Schneider hätte spielen wollen, natürlich auch nicht ganz ohne Risiko, geht man direkt über Pik A10 ohne den Buben-Zwischenzug. Dann tut man natürlich wieder andere Risiken, tun sich auf, dass plötzlich Trumpf Jungs 1 einsitzen und Pik direkt gestochen wird. Also das ist schon korrekt, von oben zu ziehen. Allerdings hier in dem Fall wäre der Schneiderweg ein anderer gewesen. Ich zeige mal mit breit geschwollener Brust und bin am Tisch vorne. Gut so. Ich kann schon mal spoilern, es kommen gleich auch noch ein paar ziemlich interessante Spiele. Dies hier ist jetzt natürlich eher wieder ein bisschen Schonkost. Man könnte fast sagen, ein bisschen öde. Gut, 18 geboten von meinem Partner. Deswegen komme ich Karo raus. Ja, Volltreffer hat er nicht. Bleibe ich hier am Stich. Er sticht auch nicht. Das heißt, entweder er hat 2 Buben oder er hat gar keinen. Meine Vermutung zumindest. So oder so nach diesem Stich kann ich jetzt sehr gut den Karo König bringen. Wenn er gar keinen Buben hat, kann er noch mal irgendwas abtragen. Wenn er 2 Buben hat, sollte er doch stechen. Aber er hat offensichtlich keinen Buben. Ja, da geht die Karte auf. Grang mit 4, mit Karo Ass, den Lusche und Herz Ass, König Lusche. Also ob ich nun Karo treffe oder nicht. Das Spiel war ohnehin Schneider einer von der besseren Sorte. Und damit geht zur Hälfte Spieler 3 ganz klar in Führung. Das scheint noch nicht alles zu sein, denn er reißt das nächste Spiel auch an sich. Karo, da habe ich natürlich viel dagegen. Jetzt wird es interessant. Jetzt wird sich mal zeigen, denke ich, ob Spieler 3 uns hier davon galoppieren kann oder ob wir ihn wieder einfangen. Ein Ass von meinem Partner. Da geht ja erst mal immer so ein bisschen die Düse, hat ja so viele volle. Aber es wird bedient. Das ist natürlich vielversprechend. Die 10 noch hinterher, 28. Das ist natürlich sehr, sehr vielversprechend. Jetzt wird es interessant. Auf den 7. Herz fliegt Pik Lusche. Jetzt habe ich natürlich 2 Optionen. Auch Pik Lusche schmeißen, um bei 28 liegen danach Pik 10, Pik Ass, Karo Ass auf 60 zuzumachen. Aber das ist mir hier ... Die Flugt so schnell. Es kann ja auch ein 7-Trümpfer mit 3 sein. Dann hat er das Pik Ass gar nicht. Dann kann dieser Stich nicht zustande kommen. Gut möglich, dass mein Partner eben auch deswegen so großzügig mit den Vollen war, weil er im Pik auch noch das Ass und die 10 oder irgendwas hat. Also erst mal Kreuz Ass jetzt auf 39. Da ich das Trumpf Ass hier noch zu viert habe, bin ich jetzt ziemlich optimistisch, dass wir das Spiel schlagen. Und jetzt, wo er von oben zieht, würde ich sagen, auf jeden Fall. Ja, tatsächlich. Das ist natürlich bitter für Spieler 3. Er hat hier einen 7-Trümpfer mit rein. Wird seine 3 Luschen gut auf 39 los. Normalerweise erträglich. Aber natürlich unschön, wo ich jetzt auf den 4 Trümpfen stehe. Da kann er sich nicht wehren. Da bekomme ich natürlich das Pik Ass. Und damit ist das Spiel im Eimer. Oh, 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 oh. Das verspricht dir hier eine heiße zweite Hälfte zu werden. Guckt euch das mal an. 6 Volle habe ich in Mittelhand. 2 mal Ass, 10. Ass bestellt, 10 bestellt. Also im Rocket geht das Ding los, sage ich jetzt mal. Im Turnier, in einer anderen Situation, im Punktspiel, da wäre ich, denke ich, schon lange ausgestiegen. Da wäre das Risiko nicht vertretbar, auch wenn du als passionierter Skatspieler das Ding einfach gerne mitnimmst. Das willst du gerne ausprobieren. So ein Spiel, also ich will es immer haben. Das ist das Salz in der Suppe. Gerade noch, wo mir hier allerdings Karo Ass fehlt, hätte ich in Turniersituationen, die über längeren Zeitraum laufen, glaube ich, keine Argumente hier 24 noch zu halten. Dann könnte ich höchstens die 0 ableuchten. Jetzt kriege ich 48 geboten. Also Spieler 2 hat Buben, sage ich mal. Aber reicht das? Ich halte die 48. Der eine oder andere sagt, ja Mensch, wenn man hinterher verliert gegen eine hohe Reizung, was soll das auch, bist du ja selbst schuld. Ich sage, wenn einer so hoch reizt, dann hat der vielleicht viele Buben, ist aber besser, als wenn zwei Mann niedrig reizen. Wenn er 3 oder 4 Jungs hat, ist doch klar, dass er hoch reizt, heißt nicht, dass die Farben nicht laufen. Also ich ziehe das Ding jetzt durch. Bei 50 komme ich ran. Jetzt mal bitte alle gemeinsam Daumen drücken und schnapp. Na ja, gut. Herz 8 Kreuz Dame. Kann man nicht sagen, dass es eine Traumfindung ist. Immerhin aber auch nicht irgendwie mit dem Buben totgefunden. Gut. Lässt mir jetzt relativ wenig Optionen, würde ich mal sagen. Herz 10 oder Ass 10 ist jetzt zu viert. Der kann nicht laufen. Karo 10 hängt hier auch so ein bisschen rum. Den Grang brauche ich jetzt gar nicht machen. Ich mache den Karo ohne 5. 20 Augen im Keller. Ja, 4 Stiche. Wenn Pik, Ass und 10 und die beiden anderen Asse laufen, dann gewinne ich locker. Wenn mir da irgendwas von umkippt, dann wird es kritisch. Pik 10 im Abstich kann ich vielleicht noch verkraften. Gut. Schauen wir einfach mal, was passiert. Kreuz ist natürlich kein schönes Aufspiel für mich. So Pik. Gut. Pik hätte ich auch nicht gern gesehen, weil es auf dem Drilling hindeutet. Herz wäre eigentlich das beste. So gesehen eigentlich, es gibt kein wirklich gutes Aufspiel für mich. So gesehen, Kreuz ist so gut wie jedes andere auch. Ich muss rauf. Hinten kommt in Sekunden Brucht schnelle die Lusche. Damit stehe ich jetzt auf 31. Ich kann natürlich jetzt nicht mehr Trumpf ziehen. Dann bin ich ja in der Riesengefahr. Das Kreuz kommt, muss direkt über die Dörfer. Hätte natürlich gerne hier schon ein Bild gefangen. Hier fange ich jetzt das Bild. 32, 46. Und ich muss jetzt ja eigentlich, wo Herz 10 gedrückt ist, und jetzt der Pik König kommt, kann natürlich Pik nicht nochmal laufen. Ich muss jetzt eigentlich Herz Ast ziehen und auf den König hoffen, dass der Blank kommt, dann habe ich 61. Ich habe mich hier verzählt. Ich habe mich erst bei 45 Augen gesehen. Keine Ahnung, wie mir das jetzt passiert. Wenn ich mich allerdings erst auf 45 Augen sehe, dann ist es korrekt, würde ich sagen, hier die Pik Dame zu testen, in der Hoffnung, dass Spieler 2 nochmal Herz abschmeißt, und die Herzen dann 1 zu 1 stehen. Das ist natürlich ausgesprochen fragwürdig und auch hoch riskant. Spieler 2 fällt auf diesen relativ billigen Anschiss auch nicht rein, sondern sticht sofort. Ja. Damit habe ich hier das Spiel im Prinzip schon tot gesehen, insbesondere hier diese Variante. Aufgrund der Reizung ist es ja jetzt nicht schwer für Spieler 2 zu erkennen, dass mein Spiel ohne sehr, sehr viele Buben sein muss, und deswegen kann er gut hier auf den Karo Buben rüberspielen. Ja, jetzt wird gleich zweimal Kreuz kommen, und dann hinten Abwurf Herz und Feierabend. Aber es kommt aus irgendeinem Grund nochmal Trumpf zurück. Da muss ich ja selbst nochmal gucken. Was macht denn Spieler 3 hier? Es wird mich sehr wundern, wenn Kreuz 10 und König nicht bei Spieler 3 sind. Also das ist erstaunlich. Allerdings denke ich, dass Spieler 2 hier die Lusche noch hat. Der kann immer noch den Stich tauchen, und muss, kann dann immer noch auf Kreuz warten. Jetzt nimmt er aber raus, und spielt kleinen Trumpf wieder zurück. Ja, genauso gefährlich für mich. Ich bin ja eben aufgeflogen, hatte schon keinen Trumpf mehr. Spieler 3 kommt wieder ran. Ja, gut. Schachmatt würde ich sagen, jetzt, jetzt hätte doch Kreuz kommen müssen. Was macht er denn? Was macht Spieler 3? Also verstehe ich es nicht, oder versteht Spieler 3 es nicht? Wo sind denn Kreuz 10 und König? Jetzt zwingt er Hinterhand, Spieler 2 nochmal zu stechen. Und da ist das zu fassen. Da kommt Herz Lusche, Herz König. Da kommt Herz Lusche, Herz König. Ja, was soll ich sagen? Das Spiel ist gewonnen. 46 liegen. Das Ding muss ich rausnehmen. Ich war tatsächlich hier so durch den Wind, weil ich die 45 gezählt habe, dass ich hier jetzt mir noch ernsthaft Gedanken gemacht habe, ob es korrekt ist, ob es noch einen anderen Weg gibt. Aber es kann ja keinen anderen Weg geben. Die Herz 10, die ich möglicherweise in Geistiger Umnachtung hier auch noch irgendwo gesucht habe, die hatte ich ja gedrückt. Also es gibt keinen anderen Weg. Und zum Glück habe ich das dann auch festgestellt und habe rausgenommen und abgeschenkt. Gewinn hier mit 61. Das war natürlich ein Geschenk. Das war absolut ein Geschenk. Ich habe das Spiel... Es steht eigentlich auf Sieg. Wenn ich die 46 zähle, dann ziehe ich auch das Herz Ass. Dann steht es auf Sieg. Ich verballere es, indem ich die Pik Dame zwischenziehe, mache das Tor, das Scheunentor sperreinig weit auf. Spieler 2 macht alles richtig. Spieler 3 war durcheinander. Der hatte vielleicht gerade nebenbei den Fernseher noch laufendes Radio. Oder er war sonst wie abgelenkt. Mein Glück. Ja, das motiviert natürlich auch hier das nächste schlappe Spiel. Drei hole der Asse Karo Buben in Vorhand auch noch mal ein bisschen mitzureizen. Ja, Karo Dame König ist jetzt keine Traumfindung. Ein Karo Voller dabei wäre schon ein bisschen netter gewesen. Jetzt mache ich natürlich den 5-Trümpfer. 5-Trümpfer, 3-Seiten-Asse in Vorhand. Gut, hört sich nicht schlecht an. Allerdings 5 ganz, ganz schlappe Trümpfe. Also das Spiel braucht, wenn möglich, einen gleichmäßigen Trümpfstand. Deswegen schaue ich da auch schon sehr genau jetzt, wie die Trümpfe fallen, wie schnell sie fallen. Was mir das verrät, mein Eindruck hier, wo jetzt die beiden Alten noch fehlen, die Trümpfe sind mutmaßlich verteilt. Unwahrscheinlich jetzt, denke ich zumindest, dass Spieler 3 mit den beiden Alten genau nur 23 gereizt haben sollte. Spieler 2 wird nicht die 3 Alten haben und gar nicht gereizt. Die Erkenntnis sagt mir, stechen sollte ich hier sowieso. Kreuz ist kein guter Abwurf. Die Frage ist dann höchstens Trumpf weiter oder Kreuz oben unten. Ist aber viel gefährlicher. Der Trumpf weiter ist hier solide und dann hoffen, dass die Trümpfe kommen. Sieht gut aus. Damit ist das Spiel dann gut. Dann kriege ich sogar noch Herz 10 hier. Spieler 2 hat dann auch schon scharf auf Sieg gespielt. Der Sieg ist für sie jetzt aber nicht möglich. Ei, ei, ei. Ein schöner Doppelschlag jetzt auf über 400 Punkte. Hat mich ein bisschen abgesetzt. Und jetzt ein Anschlussspiel. Eines von der etwas besseren Sorte. Endlich mal mit 2 und beiden dunklen Assen. Die Spiele reizen sich natürlich leichter, unbeschwerter, als diese Problemspiele ohne Buben. Allerdings, das sieht man hier. Spieler 3 hat noch nicht aufgegeben. Der leistet Widerstand. Ich komme nicht für den Kreuz mit 2 ran. Ich komme genau erst auf 40 ran. Das Spiel ist natürlich zu stark, um es wegzugeben. Aber es ist jetzt auch sehr grenzwertig. Was ist denn jetzt besser? Aufnehmen zum Grang oder den Kreuz Hand? Der Kreuz Hand mit den beiden Herzluschen gefällt mir auch nicht so. Der Grang, ja, was hat er gereizt? Hat er Karo nicht rein? Hat er Herz Hand, Karo Hand? Ich nehme jetzt plötzlich dann doch auf. Der Herz zugegriffen und nichts gefunden. Keine Verstärkung, keinerlei Verstärkung. Damit bleibt Plan B für diesen Grang. Es gibt immer noch Plan B und Plan C. Plan B ist erstmal, die Buben kommen verteilt. Plan C ist, ich werde irgendwo eingespielt. Eingespielt will ich schon mal nicht. Also sollte, wenn es geht, jetzt Plan B greifen. Wenn Plan B nicht greift, kommt noch, ja, es gibt immer noch ein paar Nebenwege. Kann es immer noch passieren, dass ich trotz Jung in einer Hand gewinne, wenn ich am Ende an Kreuz 10 reinkomme. Ist aber nicht nötig zum Glück. So ist es ein bisschen schon dafür die Nerven, die Buben kommen. Damit geht die Flöte durch. Jetzt kriege ich das Pflichtbild Kreuz König noch als Dame. gewinne mit 67 und stehe plötzlich da. Zumindest am Tisch. Wie ein junger Gott. Na ja, 500. Auf jeden Fall ein gutes Ergebnis. Ja, lassen wir die Serie ausklingen. Wem so gut gegeben wurde, der kann besonders gut gönnen. Jetzt nochmal, denke ich, ein schöner Gang für Spieler 2 mit 3. Für die Überlegung. Ich denke mal, Herz König besteht immer noch die Gefahr, wenn wir nur noch einen Stich machen, dass wir Schneider bleiben. Herz 10 im Angebot ist am ehesten für uns Schneider frei. Ja, wir kommen auch Schneider frei. Spieler 2 zeigt hier, obwohl er nachher noch Kreuz Lusche, Piet Lusche abgibt. Okay, das hier zu zeigen, bringt jetzt nicht so viel. Die Stiche müssen wir doch so oder so noch durchspielen. Gut. Ja, Zwischenstand vor dem letzten Spiel. Sehr beruhigend. 250 fast vor, Vorspieler 2. 350, Vorspieler 3. Also diese kleine Tischwette habe ich gewonnen. Und 550 fast, das dürfte auch im Gesamtturnier ein kleines Taschengeld zurückgeben. Letztes Spiel. Ich habe zwar auch einen Ansatz, aber zu dünn, um hier noch bei dem Punktestand einzusteigen. Scheint aber einiges unterwegs zu sein. Es ist nochmal eine hohe Reizung im Spiel. Spieler 2 geht nochmal, ja, weiß ich es, geht nochmal ins Risiko. Wo mein Partner 30 reizt, würde ich das fast vermuten, dass das, dass wir bei dem Gerang zumindest auch Chancen haben könnten. So, 30 ist entweder ein Herz oder Karo frei. Für mich, denke ich, ja, das ist, denke ich, das beste Ausspiel hier, direkt das Karo auszusuchen. Hier überraschend, dass das jetzt gleich gestochen wird. Bube-Abzug. Mhm. Oh. Das klärt natürlich die Karte komplett. Alleinspieler 3 Buben. Jetzt noch einen. Hat 5 mal Kreuz. Da fehlt ihm nur Ass. Lusche. Das heißt logisch, ich muss den Stich rausnehmen. Und das bedeutet, er hat hier noch 2 Fehlkarten in der Hand. Eigentlich kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass wir dieses Spiel reell gewinnen können. Das wäre zumindest insofern erstaunlich, als Spieler 2 dann ja hier auf das Karo Ass, wo er offenbar die 10 im Keller hat. Sonst hätte mein Partner eben nicht Pik Ass, sondern erst mal Karo 10 gewimmelt. Dann hätte er natürlich seine Foulen abwerfen können, auf günstige 11 Augen. Jetzt muss ich natürlich den Zwischenzug machen. Hat er jetzt hier schon die Herz 10 rausgezogen, nach dem Motto, wenn ein Herzabwurf und mit Pik 10 Ladung kommt, dann müsste ich scharf die Herz 10 spielen. Jetzt aber, wo wir auf 37 stehen, das Herz Ass weg ist, bringt es natürlich nichts mehr, die Herz 10 zu spielen. Jetzt bietet sich plötzlich, macht sich ein anderer möglicher Siegweg auf, wenn mein Partner noch den Pik Stich mit der 10 macht und vom Alleinspieler ein Bild kommt. Deswegen sofort Wechsel auf die neue Situation. Einschub, Zurückschub hier in Kreuz, um dann die Herz 10 zu versenken. Und das hat geklappt. Es hat geklappt, 61 für uns. Da hätte Spieler 2, glaube ich, die eine oder andere Möglichkeit in dem Spiel gehabt. Er hätte ja eben zum Beispiel auch noch die Kreuz 8 tauchen können. Das ist natürlich ein sehr schwieriger Zug. Dann muss er schon ahnen, dass ich jetzt die Herz 10 habe. Da könnte er sich gegen eine andere Verteilung auch noch tot spielen. Also das ist vielleicht nicht unbedingt zu erkennen. Aber im Aufschlagstich, wo er Karo 10 sogar noch im Keller hat, dann muss er doch auf das Karo Ass seine Pip Lusche einfach fallen lassen. Unwahrscheinlich, dass dann 6 mal Karo sitzen und hinten gewimmelt wird. Also wird er das Ding typischerweise auf 15 Augen los. Gut, auch dann können theoretisch natürlich noch auf den stehenden Pik König 25 fallen. Das Spiel ist damit auch noch nicht hundertprozentig gewonnen. Ich glaube aber, es wäre ein besserer Zug gewesen. Denn so kommt er jetzt aufgrund der Trumpfkürze. Er kann das gar nicht mehr anders spielen. Er muss sofort die Kreuzen klären und kann das Karo Bild nicht mitnehmen. Er war jetzt verraten und verkauft, Rückschub Kreuz und dann Ladung, haben wir ihm diesen 3-Stiche-Abgabegang noch kaputt gemacht. Und ich komme mit 5,88 aus der Liste raus. Also hat hingehauen, hat hingehauen, ich bin begeistert. Schauen wir doch diesmal einfach noch mal, wo es so richtig gut gelaufen ist zum Abschluss auf das Turnierergebnis. Was gibt es denn beim Rocket Turnier mit 588? Da können wir sehen, für den 4. Platz hat es gelangt. Nur kann man sagen, aber Black Man City mit 888. Das ist natürlich ein Wahnsinnsergebnis auf 12 Spiele. Und auch Chantal mit über 800 Punkten. Also mit dem 4. Platz muss ich mich zufriedengeben. Aber auch dafür gibt es ein wenig was zurück. Und ja, hier seht ihr 39 Teilnehmer, das Turnier boomt wie eh und je. Wunderbar. Dann hoffe ich mal, ihr hattet Spaß. Mir hat die Liste selbstverständlich Spaß gemacht. So oder so sehen wir uns hoffentlich bald beim nächsten Video. Und bis dahin wünsche ich, wie immer, gut bleibt. Steine Helenulu Du bist so schön drauf. Untertitelung des ZDF, 2020